Jetzt müssen wir aber, oder möchte ich trotzdem noch mal kurz reinschauen ins Milieu der Querdenker. Ich glaube der Typ, der ist schon eine zentrale Figur, was die Querdenker betrifft. Da hat mir ein Freund einen Artikel zugeschickt aus der Taz. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber ich habe schon mal über diesen Typen gelesen. Und zwar ist das der, der digitale Strippenzieher. Ich lese euch gleich vor. Da geht es um den Frank Schreibmüller. Der Frank Schreibmüller hat den Online-Kaninchenbau einer verschwörungsideologischen Bewegung gegraben, die immer mehr nach rechts driftet. Ein analoger Ortsbesuch. Ich lese das vor, ja, komplett wertfrei. Ich bin sicher nicht mit all meiner Meinung, was da drin steht. Ich weiß aber, dass da einiges stimmt und was ich eben spannend finde, das kommen die relativ am Anfang. Frank der Reisende sieht eher nach Couch-Potato als nach Abenteurer aus. In Trainingsjacke, Jeans und Crocs steht der hagere 37-Jähriger in der Tür eines Einfamilienhauses in einem Dorf nahe Wien und bittet herein, also in Österreich. Ein kurzer Flur, eine Tür. Hier befindet sich das Back-Office, der Corona-Protestbewegung. Ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. So nennt Frank, der mit Nachnamen Schreibmüller heißt, sich aber stets als der Reisende vorstellt, den Schreibtisch mit den vier Monitoren drauf. Er behauptet also, dass das, wo er arbeitet, das Back-Office der Corona-Protestbewegung ist. Was aussieht wie der Spielplatz eines Gemas, ist in Wirklichkeit der Ort, an dem der Mann mit dem Messenger-Dienst Telegram einen virtuellen Kaninchenbau angelegt hat. Ein Labyrinth aus Chatgruppen und Kanälen, die durch Links miteinander verbunden sind. Schreibmüller gilt als der Strippenzieher von tausenden Gruppen. Die Taz hat ihn am Pfingstwochenende getroffen, als er digital die Stellung hielt, während seine MitstreiterInnen nach Berlin reisten, um dort gegen die vermeintliche Corona-Diktatur zu protestieren. Schreibmüller setzt sich in einen abgenutzten Sessel. Er ist in dem Haus nur zu Besuch. Schon seit Oktober 2020. Sein Gastgeber ist der Unternehmer Überraschung Alexander Ehrlich. Der Alexander Ehrlich, der ist schon auch ein Phänomen. Der ist einfach überall dabei. Ein Promi der österreichischen Corona-Protestszene, der im Sommer 2020 Hygienedemos anmeldete und Busreisen organisierte. Durch die Jalousien des Wohnzimmers fällt fahles Sonnenlicht, das sich in Schreibmüllers Haarspange spiegelt. An seinem Handgelenk trägt er ein gelbes Latex-Armband mit dem Buchstaben WWG1, WGA. Sie stehen für Where we go one, we go all. Es ist der Slogan der rechtsextremen QAnon-Verschwörungsbewegung, deren Mitglieder die Überzeugung teilen, eine satanische Elite entführe Kinder und trinke deren Blut. Da sieht man, es ist ein gelbes Armband, man sieht halt nicht, was drauf steht. Der Kaninchenbau wächst und wächst. Auf drei Bildschirmen vor ihm sind Telegram-Fenster geöffnet. Auf dem vierten laufen Livestreams der Demonstration in Berlin. Die Bilder zeigen Menschengruppen ohne Maske, die mit kleinen Rucksäcken und Protestplakaten durch den Berliner Dirk-Karten laufen. Der Streaming-Dienst, den die Demonstreamer vorsichtshalber nutzen, heißt D-Live. Weil sie auf YouTube schon so oft zensiert wurden, erklärt Schreibmüller. Zensur ist eine wichtige Vokabel in seiner Welt. Auf Telegram gäbe es die nicht. Ist er überzeugt? Na, es ist nicht ganz richtig. Also vom Dash, von diesen Typen, die sich Islamischer Staat nennen wollen, die zum Beispiel werden zensiert auf Telegram. Und muss ich sagen, ich finde das eigentlich ganz okay. Dass die Corona-Protestbewegung zuweilen tausende Menschen mobilisiert, ist zu einem großen Teil auf Schreibmüllers Aktivitäten auf Telegram zurückzuführen, sagen Beobachter und Beobachterinnen der Bewegung. Zu Beginn der Pandemie spricht sich schnell herum, was Schreibmüller auf Telegram alles kann. Michael Ballweg, der Stuttgarter Querdenker-Initiator, lädt ihn nach Baden-Württemberg ein, um sich schulen zu lassen. Unentgeltlich, sagt Schreibmüller. Er finanziere sich über Spenden, arbeite gegen Kost und Logis. In den folgenden Monaten wird der Kaninchenbau stetig wachsen. Schreibmüller legt Kanal um Kanal und Gruppe um Gruppe an. Schafft die Infrastruktur für Initiativen wie Honk vor Hob, deren Kanäle bald tausende Abonnentinnen haben. Andere Gruppen, mit denen Schreibmüller laut dem Recherche-Kollektiv AnonLix.net verbunden ist, tragen Namen wie Der BRD ist kein Staat, Maskeradefrei, Patriotische Singles, Singlebörse oder Freiheit für Haverbeck. Ja, also da geht es halt dann schon in ein Milieu. Also Haverbeck weiß man, da steht sehe eine 92-jährige Aktivistin der Neonazi-Szene, die immer wieder die Schuhe leugnet. Das Bundeskriminalamt stellte 2021 fest, dass Telegram erfahrungsgemäß nicht kooperativ sei, extremistische Inhalte würden nicht gelöscht. Die App zählt hierzulande nach jüngsten Zahlen vom Juli 2019 rund 7,8 Millionen Nutzer und Nutzerinnen, wobei diese Zahl steht, seither deutlich gestiegen sein dürfte. Laut dem Extremismusforscher Josef Hohlenburger vom Berliner Think Tank Center für Monitoring, Analyse und Strategie sind die fünf größten deutschen Telegram-Kanäle der verschwörungsideologischen Szene zuzuordnen. Aber man muss halt sagen, Telegram ist einfach eine richtig geile App. Ich nutze das auch gerne. Auch jetzt für die Sendung. Ich hänge am Handy, ich sehe Sachen, die ich lese, ich bekomme irgendwas zugeschickt. Ich habe mir einen Kanal, da bin nur ich drinnen angelegt, wo ich mir die ganzen spannenden Sachen reinspeichere. Und dann setze ich mich entweder am Laptop oder ich setze mich am Standrechner und kann überall darauf zugreifen. Finde ich eine super Sache. Und das Ganze kostet nicht mal was. Also Telegram hat schon seine Vorzüge und wird halt dann, wie man sieht, auch in eine Richtung verwendet. Ja, die... Weiß ich nicht. Naja, lesen wir weiter. Das erst im April gegründete C-Mars dokumentiert verschwörungsideologische Gruppen und Kanäle aus der Corona-Protest-Szene auf Telegram, die bis zu 170.000 Abonnenten und Abonnentinnen haben. Davon können die meisten Tageszeitungen heute nur noch träumen. Die erfolgreichsten Telegram-Nachrichten der Szene erreichen bis zu 400.000 Views, schätzt das C-Mars. Allerdings seien Views kein sicherer Indikator für individuelle User und Userinnen. Insgesamt dürfte die Zahl der Anhänger und Anhängerinnen in verschwörungsideologischen deutschen Telegram-Kanälen bei rund 200.000 liegen. Ja, das klingt jetzt mal so, das klingt sehr viel, 200.000. Aber letzten Endes sind es nicht viel. Das ist er, der Schreibmüller. Der, kein Querdenker, sondern ein Neonazi, schreibt der Schachtschneider. Na, ich weiß nicht, ob... Das ist... Ein Neonazi ist der Typ, glaube ich, nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber er hat auf jeden Fall keine Berührungsängste in dieses Milieu. Bewegungen starten in der Regel auf den allgemeinen Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram, wo sie die breite Öffentlichkeit populistisch ansprechen können, sagt Hollenburgers Kollege Jan Rathje. Dort werde für die Telegram-Kanäle Werbung gemacht. Diese dienen als Radikalisierungsort. Dort sei viel weniger mit Widerspruch zu rechnen. Hier festigen Gruppen sich selbst, sagt Rathje. Man postet sich unwidersprochen nur nach Untergangsnachrichten und ruft sich gegenseitig auf, endlich etwas zu tun. So machen etwa Akteure, die in dem Bereich des offenen Antisemitismus abdriften, Aufrufe für den vermeintlichen letzten Kampf. Auf Telegram könne man ohne Probleme auf hardcore antisemitische Inhalte zugreifen. Ja, das stimmt, weil man muss nur mal reinschauen in den Telegram-Kanal von Attila Hildmann. Es gibt noch diverse andere, aber der Hildmann ist halt so ziemlich der Prominenteste. Und es stimmt schon zum Teil auch, was da drin steht, weil ich bin in keiner dieser Gruppen. Ja, aber was ich mache, ich schaue immer wieder mal rein. Ja, und da gibt es halt schon, es gibt welche, die relativ harmlos sind. Ja, ich schaue immer wieder mal in die Gruppe vom Alexander Ehrlich rein. Bei dem muss ich sagen, der bemüht sich eh sehr, den Ball flach zu halten. Ja, aber ich muss auch sagen, ich traue dem Typen nicht wirklich. Ja, aber dann, ich war irgendwann mal, habe ich reingeschaut in den Kanal von Markus Heinz und ich habe mir dann auch so gedacht, weißt du, wenn das so ist, wenn der Tagesablauf so ausschaut, du stehst auf in der Früh, schaust rein in die Gruppen, dann hast irgendwann mal eine Pause, schaust rein in die Gruppen, dann hast Mittagspause, schaust rein in die Gruppen, dann am Nachmittag, dann sitzt du am Klo, schaust rein und die ganze Zeit geht es nur wusch, 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 wusch. Ja, wusch, 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 wusch. Und ich meine, das kriegst dann wahrscheinlich gar nicht mehr mit, aber das macht dich fertig einfach. Ja, man kann sich runterziehen lassen. So, kurze Pause von meinen Ausführungen. Blacks, du wirst jetzt leider geblockt, bis du bist selber schuld. Ja, man kann, ich denke mir, auch so Trolle, Trollen und so, das hat ein bisschen mit strategischem Denken zu tun. Wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich nicht gehen, ja. Und du bist anscheinend nicht so gut im strategischen Denken. Du hast den Bogen überspannt, er ist gerissen und schnallt dir in die Fresse und das heißt, dass du blockiert bist. So, wo war ich? Da. Es werden nur Infos rausgehauen, die sich wechselseitig aufeinander beziehen, sagt Ratje. Es gibt viele Nachrichten, die so nur auf Telegram zirkulieren. Es ist eine Plattform, auf der sich das verschwörungsideologische Milieu untereinander vernetzen und Propaganda völlig ohne Hindernisse verbreiten kann. Nutzer wie Attila Hildmann, ein Ex-Kochbuchautor, der unter anderem wegen Volksverhetzung per Haftbefehl gesucht wird, könnten offen den Nationalsozialismus verherrlichen. Auf Telegram überhaupt kein Problem, sagt Ratje. Telegram dient so als Radikalisierungsnetzwerk, vor allen Dingen zur Kommunikation untereinander. Mit dem Blick auf die eigene Community, mit Botschaften, die sich an diese richten und zu gemeinsamen Aktionen aufrufen. Schreibmüllers Arbeit, also Schreibmüller, das ist der Typ, der so fertig ausschaut. Schreibmüllers Arbeit beweist, dass Telegram nicht nur Messenger, sondern auch ein soziales Netzwerk ist. Auch beim Aufbau der Initiative D-Day 2.0 hat er geholfen, einer dezentral organisierten Gruppe, die Anfang Januar 2021 zu bundesweiten Corona-Aktionen aufrief. Auch ein Anschlag auf einer ICE-Strecke wurde mutmaßlich von einem D-Day 2.0 Anhänger verübt, wie eine Taz-Recherche vom März zeigt. Also mutmaßlich, das lassen wir mal, das mit dem ICE lassen wir mal weg. Aber D-Day 2.0, da weiß man ja schon, was da los ist im Kopf. Schreibmüller sagt dazu nur, so etwas sei nicht in seinem Sinne, aber er könne ja nicht alles überblicken und schließlich sei jeder für sich selbst verantwortlich. Wenn die Regierung alles verbietet, bleibe den Menschen ja nichts anderes übrig. In Berlin regnet es nun, wie der Livestream zeigt. Funktionsjacken, bunte Regenschirme, lange Gesichter. Warum ist Schreibmüller hier und nicht dort? Seitdem die Proteste in Straßenschlachten endeten, bleibe er in den Fernseher. Okay gut, das sagt er. Zu viel schlechte Energie habe er selbst als Lichtarbeiter keine Chance gegen anzukommen. Aber das Österreich-Team und all die anderen in Deutschland ließen sich davon nicht abschrecken. Ein bisschen wie ausländisch gelernt schiebt er nach. Wenn nicht wie, wer dann? Und wer schweigt, stimmt zu. Weltbild mit großem Fragezeichen. Schreibmüller, in Leipzig geboren, lebte einige Jahre in Thüringen, wo er mit seiner Mutter eine Gaststätte an einer Mühle betrieb, bis ihnen klar gemacht worden sei, dass sie dort nicht erwünscht seien und die Mühle zwangsversteigert wurde. Okay, Schulden, zwangsversteigert, klar gemacht, nicht erwünscht. Ich finde, so ein Schicksal ist extrem beschissen. Ich finde, sowas sollte nicht passieren. Aber das ist halt das Problem, dass er sich da in was hineingesteigert hat, was so wahrscheinlich nicht ist. Seit etwa zwei Jahren sieht er sich als Reisender und Aussteiger. Er sei immer dort, wo Hilfe benötigt werde. Das sei seine Berufung. Als ausgebildeter EDV-Techniker mache er sich vor allem mit der Telegram-Infrastruktur nützlich. 2018 hat er ein Netzwerk für den deutschen Ableger der französischen Gelbwesten erschaffen. Seit der Pandemie habe er kaum mehr Zeit für etwas anderes. Manchmal sitze er bis drei oder vier Uhr nachts noch vor dem Computer und manage mit neun verschiedenen Accounts all die Kanäle der Szene. Schreibmüller wirkt wie ein verträumter End-30er, der ein zurückgezogenes, spirituelles Leben führt und aktuell Corona-Aktivisten und Aktivistinnen unterstützt, weil man sich in ihrer Gemeinschaft so aufgehoben fühlt, wie er sagt. Doch er steckt selbst tief drin im verschwörungsideologischen Kaninchenbau der Anti-Corona-Bewegung, den er maßgeblich mit erschaffen hat. So behauptete er, die Grundrechte seien ausgeschaltet worden. Warum? Um die Mehrheit besser handeln zu können, also handeln. Von wem? Plötzlich weist der Arbeiter aus, rutscht im Sessel hin und her, schweigt fast eine halbe Minute. Da gäbe es viel Spielraum für Spekulation, antwortete er schließlich. Er wolle sein Weltbild niemandem aufdrängen. Die Reporterin solle die Puzzleteile lieber selbst zusammensuchen, um die Wahrheit zu erkennen. Sein Weltbild lässt Fragen offen. Vor einigen Jahren stellte er eine Website für deutsche Patrioten online, wo er auch patriotische Gruppen bei Telegram, darunter einen Widerstand-Chat, bewirbt. Was bedeutet Patriotismus für ihn? Aufbruch. Etwas Neues erschaffen. Also ich weiß halt nicht, ob das so stimmt, aber das hat ja mit Patriotismus überhaupt nichts zu tun. Das sagt Schreibmüller. Aufbruch. Etwas Neues erschaffen. Wieder wird er nervös, schaut zu Boden. Beschämt fügte er hinzu, er habe erst kürzlich gelernt, dass das Wort eigentlich etwas ganz anderes bedeute. Auf die Frage, warum er 2019 bei einem Fackelmarsch der rechtsextremen Partei Dritter Weg mitgelaufen sei, wie Bilder belegen, behauptet er, er habe sich nur wegen der Fackeln dem Zug angeschlossen, wegen des Lichts. Ja, das machen Mücken und Motten machen sowas auch. Schreibmüller sagt, er stelle nur das Werkzeug zur Verfügung. Sein Ziel sei es, Gemeinschaft zu ermöglichen, mehr nicht. Er lehnt sich in seinem Sessel zurück. Der Stream zeigt, wie Protestierende in Berlin eine Polonaise über eine Wiese tanzen. Meinungsfreiheit oder Gefahr für die Demokratie Warum spielt sich all das vor allem auf Telegram ab? Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten. So bietet die 2013 von den russischen Brüdern Nikolai und Pavel Durow gegründete App-Funktionen, die der bisher verbreitete Messenger-Dienst WhatsApp nicht hat. Zum Beispiel Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern und Kanäle mit unbegrenzten Abonnenten und Abonnentinnen. Also einer größeren Reichweite. Eine Moderatorin findet ebenfalls allenfalls durch Administratoren statt, die ihre eigenen Regeln aufstellen. Das Melden von Fehlinformationen oder extremistischen Inhalten hat nur selten Folgen. Was für die einen das Grundrecht auf private Kommunikation und Garant für die Meinungsfreiheit ist, gilt anderen als Bedrohung für die Demokratie. Es ist der Streit um die Frage, wie viel Freiheit im Netz eine Gesellschaft verträgt. Pavel Durow, der bekanntere der beiden Telegram-Gründer, sagte 2015, wer Messenger-Dienste einschränke, um demokratiegefährdende Kräfte einzudämmen, könne genauso gut die Sprache abschaffen. Telegram geriet in dem Jahr in die Kritik, als bekannt wurde, dass sich die islamistischen Attentäter des Anschlags in Paris über diese App organisiert hatten. Und das hat eben auch dazu geführt, dass das Telegram sehr wohl anfängt, Inhalte rauszunehmen und zu zensieren. Es gibt sogar einen eigenen Kanal, wo Telegram immer wieder zeigt, was so rausgenommen wurde. Und ich bin mir sicher, sollte es mal einen Anschlag geben, der nicht so glimpflich ausgeht, aus dem Milieu wird dann wahrscheinlich auch Telegram einschreiten. Auch das Bundesministerium für Gesundheit betreibt auf Telegram einen Corona-Infokanal, der allen Nutzern und Nutzerinnen nach Installation der App automatisch vorgeschlagen wird. Für Schreibmüller ist das Planker Hohn. Die verteufeln da ständig Telegram und betreiben selbst den größten Kanal. Angesichts abertausender Kanäle, auf denen im Sekundentakt Falschinformationen geteilt und teilweise von sogenannten Bots, also programmierten Robotern, automatisch weiterverbreitet werden, wirkt der Ministeriums-Infokanal wie ein Akt der Verzweiflung. Eine schwache Kampfansage gegenüber Pavel Durov, der seinen Dienst von Dubai aus betreibt und dabei, das ist entscheidend, nicht unter das Netzwerk-Durchsuchungsgesetz fällt. Laut diesem müssen Anbieter sozialer Netzwerke nicht aber Messenger-Dienste wie Telegram offensichtlich rechtswidrige innerhalb von 24 Stunden nach Eingang sperren oder löschen. Deshalb gehen YouTube, Facebook und Twitter heute tatsächlich rigoroser gegen Falschinformationen vor. Die Folge aber ist eine Abwanderung zu anderen Diensten, die nicht unter das Gesetz fallen. Die Filterblasen können ihre Vernetzungskraft so im Verborgenen entfalten. Obendrein fühlt sich die Szene in dem Glauben bestätigt, sie würde von einer mächtigen, zensurwütigen Elite verfolgt, die andere Meinungen und abweichende Haltungen unterdrücken wolle. Damit die Gemeinschaft gemeinschaftlich bleibt, muss Schreibmüller den Kaninchenbau gelegentlich aufräumen. Oder er lässt aufräumen. Beleidigungen, Pelästigung, pornografische Inhalte, Spam, das hat dort alles nichts zu suchen, sagt er. Schreibmüller hat sich einen Gehilfen an seine Seite geholt, einen Bot, kurz Robot, für den er monatlich 100 Euro zahlt. Der Bot mit dem Namen Telegram-Föderation erkennt, wenn unliebsame User und Userinnen einen Kanal oder eine Gruppe betreten und schmeißt sie raus. Wie ein Türsteher, sagt Schreibmüller. Ja, ich glaube aber, dass das auch schon unter Zensur fallen könnte. Kann man, wenn man es so offen auslegt, wie der Herr aus dem Milieu, dann ist dieser Türsteher auch schon ein Zensor. Und zensiert. Wieso darf ich in den Querdenkergruppen keine Pornos reinposten, Herr Schreibmüller? Ich fühle mich in meiner Freiheit gekränkt, Herr Schreibmüller. Zensur. Es gibt aber auch Bots, die mehr können. Sie erkennen Gegenrede, die am jeweiligen Weltbild der Gruppe kratzt und löschen kritische Beiträge. Sie sind die Putzerfische im Desinformationsmeer, die die Filterblase frei von Fakten oder ungewollten Meinungen halten. Auch Schreibmüller soll den Recherchen von T-Online zufolge solch einen Bot durch seinen Bau gejagt haben. Der Taz gegenüber sagt er, den Alexis habe er wieder abgegeben. Die haben sogar alle Namen, die Bots. Alexis heißt der, der Gegenrede raushaut. Community ohne Widerspruch. Der Forscher Jan Rathje vom GEMAS, ich weiß nicht wie man das ausspricht, ich sag GEMAS dazu. Der Forscher Jan Rathje vom GEMAS glaubt, dass es der Bots gar nicht mehr bedürfe. Die Gruppen zielen immer auf eine Community ohne Widerspruch ab, sagt er. Widerspruch wird immer gleich als Hochverrat oder als vom Geheimdienst gesteuerte Operation gesehen. Oh, kommt mir das bekannt vor? Kommt mir das bekannt vor? Hochverrat? Wenn man widerspricht? Na, die übertreiben da. Da wird es doch niemanden geben, der jemanden Hochverrat vorwirft, wenn man mal einer anderen Meinung ist. So eine Lügenpresse aber auch. Sabalot. Es heißt sofort, False Flag, Agent Provokateur oder ähnliches. Verschwörungsideologen und Ideologinnen würden jeden Widerspruch sofort niederreden, als Verschwörung werten oder die Leute werden rausgeschmissen. Hallo Black Sea. Und so wächst der Hass in den Kanälen. Das zeigt auch eine Alyse der Süddeutschen Zeitung vom Mai 2021. Fast ein Fünftel der Telegram-Nachrichten aus knapp 1000 Kanälen der Corona-Protestbewegung beinhaltet demnach verschwörungsideologische, rassistische oder extremistische Inhalte oder Drohungen. Fast eine Million Nachrichten hatte einen verschwörungsideologischen oder demagogischen Kern. Bei den großen Social-Media-Plattformen hat sich am Bewusstsein gebildet, dass verschwörungsideologische Inhalte problematisch sind, sagt Ratje. Dies zeigte sich etwa im Umgang mit QAnon, gegen dessen Anhänger und Anhängerinnen etwa Facebook zuletzt rigoros vorging. So geschah es auch etwa mit dem YouTube-Kanal der Stuttgarter Querdenker-Gründer. Deren Kanäle mit zuletzt immerhin rund 75.000 Abonnenten und Abonnentinnen sperrte YouTube im Mai. Bei Telegram wird nicht gehandelt, sagt Ratje. Deshalb habe Telegram immer dann eine sehr wichtige Funktion, wenn Verschwörungsideologen und Ideologinnen auf den großen Plattformen gesperrt werden. Dann weichen sie auf Telegram aus. Das ist ein Rückzugsort für Personen und Gruppen, die de-Plattform werden. Mit einem Klick im Kaninchenbau. Menschen, die einmal einen Fuß im Kaninchenbau haben, finden selten einfach so wieder raus, sagten Expertinnen und Experten für Verschwörungsglauben. Zu sehr erschüttere es ihr Selbstbild. Gestünden sie sich ein, dass sie einem Irrglauben erlegen sind. Ja, ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, dass man sich eingestehen, dass man falsch liegt. Aber das ist nichts Typisches für Menschen, die einen Verschwörungsglauben haben, sondern das ist ja generell ein Problem. Es ist ein generelles Problem von unserer Gesellschaft, dass man als Einzelner auch mal einen Fehler einsieht, den eingesteht und vielleicht auch gerade steht dafür und auch mal Entschuldigung sagt oder so. Da nehme ich mich jetzt gar nicht raus. Da nehme ich mich ja gar nicht aus. Problematisch ist deshalb, dass Telegram sich kaum mehr von Angeboten im Darknet unterscheidet, aber keinliche ähnliche Hemmschwelle für normale Internetnutzer und Nutzerinnen hat. So verirren sich auch Menschen im virtuellen Kaninchenbau, die sich eigentlich nur zur nächsten Demo verabreden wollten, die in eine Gruppe mit den Namen Eltern für Aufklärung und Freiheit eintraten und sich nach ein paar Klicks in der Gruppe Gerechtigkeit für das Vaterland wiederfanden. Wo nicht mehr nur über eine vermeintliche Schädlichkeit von PCR-Tests diskutiert, sondern gefälschte Impfausweise und Maskenatteste verkauft, oder Hitlerreden geteilt und mit Kuss und Herz-Emojis versehen werden. Der Medienwissenschaftler Tilman Baumgärtel sieht die Bewegung zwar bereits ihrem Ende nahe, aber die mediale Infrastruktur, das Vermächtnis von Frank Schreibmüller also, das bleibe, schreibt er in der Taz. So könne sie etwa bei umstrittenen Debatten wieder reaktiviert werden. Schreibmüller sieht müde aus. In Berlin scheint die Stimmung gekippt zu sein. Das Bild eines Livestreams ist eingefroren. Der zweite zeigt, wie ein Polizist einen Mann mit Hut abführt. Der dritte Streamer filmt andere Streamer beim Streamen. Die Straßenschlachten werden am Ende ausbleiben. Für Frank den Reisenden spielt das keine Rolle. Er hat ja seinen Kaninchenbau. Und der nächste große Auftritt folgt gewiss. Wenn am 1. August Corona-Leugner zur großen Demo nach Berlin rufen, wird Schreibmüller wohl wieder vor seinen vier Bildschirmen die Stellung halten. Das war der Taz-Artikel über den Herrn Frank Schreibmüller. Das ist schon irgendwie auch beeindruckend. Er hat auf jeden Fall was drauf. Wenn du das schaffst, so ein Netzwerk zu basteln, dann kannst du schon was. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gab mal die Gruppe auf Telegram, eine ganz große Gruppe, Ken FM, wo Ken auch rotiert hat, weil er diese Gruppe quasi haben wollte, weil es ja unter Ken FM lief. Und ich vermute sehr, Ich vermute sehr, dass das wahrscheinlich auch schon der Herr da erstellt hatte, die Gruppe. Der digitale Strippenzieher. Ja, ein spannender Artikel, muss man nicht alles glauben, was da drinnen steht, aber ich glaube, da wird auch schon was Wahres dabei sein. Was ich mich halt frage ist, wenn der das jetzt liest, wenn der Frank Schreibmüller den Artikel liest, wie geht es ihm dann? Fühlt er sich da geehrt oder fühlt er sich da irgendwie beschämt oder ist es so ein Hin und Her? Kauft er sich das als Print und hängt sich das dann auf zu Hause oder hat so ein Fotoalbum, wo er sich dann immer die Sachen einklebt, wo er mit dabei war? Wer weiß. Aber das sind die großen Fragen, die mich interessieren. Und ich glaube, dass zum Beispiel der heißt ja auch Frank, der Lauterbach. Ich stelle die zwei jetzt nicht auf eine Ebene, falls das irgendwer mir unterstellen sollte. Mache ich nicht. Sollte der Frank Lauterbach, also bei dem kann ich mir, oder heißt er Klaus oder Karl, wie heißt denn der? Karl Lauterbach heißt er. Corona, Deutschlands Corona-Face nach Christian Drosten. Und der Karl Lauterbach, bei dem habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich der dann, der hat wahrscheinlich noch einen Videorekorder zu Hause und dann nimmt er auf, die Sendungen, wo er dabei war und dann hat er so seine Videokassetten, wo dann oben steht, Markus Lanz, 14. April 2021 oder dann in den Zeitungen, das schneidet er sich dann schön aus, dann klebt er es in einem Fotoalbum oder vorher tut er es noch laminieren und dann klebt er es rein. Dann tut er sich vorbereiten aufs Alter. Und wenn er dann alt ist, sitzt er, der Karl Lauterbach am Kamin und schaut sich an, die Fotoalben mit den Berichten über ihn und haut die Videokassetten rein und schaut sich an, damals, als er bei Markus Lanz war. Und der Frank, der Schreibmüller, der Reisende, wird es wahrscheinlich auch machen. Da gibt es nicht so viele Artikel, aber mein Gott. Ja, das Gegenmittel schreibt der Lauterbach für das Thema nicht mal fachlich. Ja gut, mir geht der auch ziemlich am Sack. Mir geht der Lauterbach ehrlich gesagt auch ziemlich am Sack, aber mein Gott, ist halt so. Ist halt so. So, jetzt wo wir bei alten Männern sind, die viel Zeit haben, jetzt schauen wir uns nochmal an. ein Skandal, ein Skandal, rund um eine Skandalfigur, eh schon schlechthin eine Skandalfigur, aber die Skandalfigur hat es geschafft, sie hat es geschafft, nochmal zu toppen und zwar geht es um Bhakti. Bhakti, Sucharit Bhakti, Sucharit Bhakti hat wieder zugeschlagen. Wir schauen uns mal den Standardartikel an. Antisemitismus, ServusTV plant keine neuen Auftritte von Corona-verharmloser Bhakti. ServusTV-Dauergast. Sucharit Bhakti bezeichnete Israel als lebende Hölle. Die Juden hätten das Böse gelernt. Das Gegenmittel, das gefällt mir aber. Finde ich ein guter, ne, ist ein guter, guter Stich. Also, Wien. Israel sei die lebende Hölle und die Juden hätten das Böse gelernt und umgesetzt. Sucharit Bhakti, ehemaliger deutscher Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und eine Ikone der Corona-Leugner und Verharmloser sorgt mit antisemitischen Äußerungen für Empörung. Geäußert hatte er sie in einem Interview, das unter dem Titel Die Impfung Die Hölle auf Erden auf einem Portal der sogenannten Querdenker-Szene veröffentlicht wurde. Bhakti ist seit Beginn der Corona-Pandemie die Stammgast bei Privatsender Servus TV. Die Ausschnitte aus dem Interview kursieren seit Mittwoch auf Twitter und sorgen bereits für eine Anzeige. Der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Sigmar und Königsberg, hat Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt, wie auf Twitter mitteilte. Die Staatsanwalt Berlin ermittelt. Aussagen Auf die Frage, ob es sich bei der Impfkampagne der deutschen Bundesregierung um kalkulierten Mordhandel sagte Bhakti. Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wo das Erzböse war und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. Das ist das Schlimme an den Juden. Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt Living Hell, die lebende Hölle. Wenn die Amerikaner nicht aufpassen, stehe auch ihnen die lebende Hölle bevor, so Bhakti. Und euer Land wird verwandelt in die lebende Hölle, wenn ihr nicht bald aufsteht. Die Zitate wurden etwa auf tagesschau.de veröffentlicht und sind im Video-Ausschnitt zu sehen. Ich dachte, der ist Buddhist, aber gibt es einen Buddhismus, gibt es wahrscheinlich auch eine Hölle. Es ist wahrscheinlich eine sehr schreckliche Hölle im Buddhismus. Es ist die Hölle der Buddhisten schrecklicher als die Hölle der Katholiken. Dauergast bei ServusTV. Sucharit Bhakti hatte seit Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Auftritte bei ServusTV. Neben einigen Gastspielen im Corona-Quartett wurde er von Senderchef Ferdinand Wegscheider zweimal in einem Talk spezial interviewt, zuletzt im September 2020. Wir schauen uns das jeder an, diese Passage von ihm. In der ServusTV-Reportage geächtet und ausgegrenzt, die Corona-Kritiker vom 18. Februar 2021 durfte Bhakti das Schlusswort sprechen. Er sagte, es gibt keine Epidemie oder Pandemie mehr, das ist die einfache Tatsache und deswegen muss alles jetzt aufhören. Gemeint waren die Maßnahmen der Regierungen und dass die Politiker auf die Weltgesundheitsorganisation WHO hören sollte, da sie die Pandemie für beendet erklärt hätte. Nach den antisemitischen Äußerungen Bhaktis sagt ServusTV auf Standardanfrage, ob der umstrittene Wissenschaftler und Co-Autor des Buches Corona-Fehl-Alarm weiterhin eine Bühne bekommen werde. Es gibt keine neuen Auftritte mit Herrn Professor Bhakti. Goldenes Brett vorm Kopf Bhakti sagte etwa im Herbst 2020, dass es keine zweite Corona-Welle geben werde und die Pandemie vorbei sei und er appellierte im Corona-Quartett an die Zusehenden, dass die Bevölkerung doch die Masken abnehmen solle. Bhakti wurde im Dezember 2020 mit dem Schmäh und Satirepreis goldenes Brett vorm Kopf für den größten wissenschaftlichen Unfug bedacht. Red-Pool-Boss Dietrich Mateschitz dem ServusTV gehört, soll jedoch eine hohe Meinung von ihm haben. Wegscheider verteidigt Corona-Berichterstattung. Im Gespräch mit der APA des Chefredakteurs glaube ich. Im Gespräch mit der APA sagt ServusTV-Intendant Feradinant Wegscheider kürzlich auf die Frage, ob ServusTV mit Sendungen wie dem Corona-Quartett oder auch dem wöchentlichen provokanten Kommentar der Wegscheider von manchen Teilen der Bevölkerung mittlerweile als Sender der Maßnahmen gegen Corona angesehen wird. Nein, ich sehe das definitiv nicht so. Ich empfinde diese Behauptung nahezu als Chuzpe. Andere Sender und Medien haben in den vergangenen 15 Monaten eine einseitige Berichterstattung betrieben, die mich an totalitäre Staaten erinnert, weil sie den kritischen Teil der Wissenschaft aussperren und deren Vertreter auch noch als Quacksalber oder Spinner verunglipfen. Wissenschaft sei nie in Stein gemeißelt und es seien immer Diskurse zu führen so Wegscheider. Also das ich meine weißt ich habe dieses Interview wo sich jetzt die Leute so aufregen vom Sucharit Bhakti das habe ich schon das ist schon länger her wie ich das gesehen habe das gibt es glaube ich seit April oder seit Februar oder März ja und ich habe mir das angeschaut ich wäre nicht auf die Idee gekommen diese Passage über Israel wir schauen uns das eh dann an jetzt so hart als antisemitisch zu sehen ja aber ich habe mir gedacht der Typ ist durch also quasi ein Spinner ja ich habe mir gedacht der ist durch und ich habe mir die ganze Zeit gedacht wieso das Interview hat der Kai Stuth mit ihm gemacht wieso sitzt der Kai Stuth dabei und sagt nichts ja wenn der schon so tut als wäre er ein Journalist oder ein Reporter dann sollte es ja zumindest ein bisschen mal ein bisschen versuchen gegenzusteuern irgendwie dagegen zu halten aber der hat ja den Bhakti der Bhakti muss man das ist der Mann ist 74 oder so ja und der Stuth hat den ja quasi angefeuert ja zu zu diesen zu diesen zu diesen komplett hirnverbrannten Aussagen die Hölle auf Erden Bhakti kandidiert bei der Bundestagswahl in Deutschland für die Partei die Basis die Partei ist im Zuge der Querdenker Proteste entstanden Goldeck Verlag beendet Zusammenarbeit sein Buch Corona Fehlalarm wurde zum Bestseller herausgeber ist der österreichische Goldeck Verlag dieser distanziert sich von Bhaktis Aussagen die aktuellen Aussagen von Professor Bhakti können wir nicht nur nicht nachvollziehen sie stehen außerhalb unseres Verständnisses im Verlag sind wir tief betroffen und distanzieren uns vehement von derartigem Gedankengut heißt es in einem Pressestatement und antisemitische oder rechtsextreme Ansichten tolerieren wir nicht teilte der Verlag auf Twitter mit es würden keine weiteren Bücher mehr mit ihm realisiert also das war's mit Sucharit Bhakti also zumindest war's das mit ihm in dem was wir als Mainstream kennen komplett rausgeschossen komplett rausgeschossen ach Gott das das muss das sein weißt ich denk mir so muss das sein du bist irgendwie 73 74 Jahre alt du hast eine junge Frau du hast ein Kind ein dreijähriges Kind gibt es selbst wenn ich 74 bin und ich habe eine 35 jährige Frau und ich habe einen dreijährigen Sohn selbst wenn weiß ich nicht ein Meteor zu rast auf die Erde na blödes Beispiel ich weiß es in dem Alter würde ich keinen Tag mehr verschwenden der sich nicht mit meiner Familie beschäftigt und natürlich argumentiert er er macht es ja für seinen Sohn er macht es für seine Familie aber was hat seine Familie davon wenn er die letzten Jahre noch am Schreibtisch verbringt und seine letzten Tage Ach Gott ja Gegenmittel mit 73 kann dir das egal sein ja und aber was dir nicht egal sein dass du ein dreijähriges Kind hast ja warum warum musst du deine Karriere so zu Ende bringen ja unabhängig davon ob er recht hat oder nicht ich glaube nicht dass er recht hat ja aber das macht auch alles kann Sinn Ach Gott es tut mir schon leid ja das ist vom Prinzip ist es eine menschliche Tragödie ja und der Mann hat ja auch was geleistet der hat ja was der war ja wirklich hoch angesehen das war ein Ehrenmann und jetzt was bleibt übrig innerhalb von zwei Jahren Ach Gott ich da ich weiß halt nicht vielleicht hat es eh Leute gegeben aus seinem Umfeld die gesagt haben Herr Sucher Ried vielleicht weißt red anders denk drüber nach lass uns diskutieren miteinander lass uns reden ruf mich an und so weißt vielleicht gab es das eh aber vielleicht hat er auch nicht gehört drauf vielleicht ist ein sturer alter Mann und hat nicht gehört weil es ist halt auch so es wird dann auch nicht angenommen ich habe es versucht weil jemand schreibt gerade Ken Jebsen ich habe ihn angeschrieben ich habe ihm E-Mails geschrieben bitte Ken ich weiß nicht ob das der richtige Weg ist vielleicht ein bisschen anders und so da kommt dann nichts zurück und beim Rubicon war es genauso das Gegenmittel man zerstört halt den Ruf dieser Leute na schau Nazi sagt eigentlich niemand also jetzt nicht in dem Standardartikel kam eigentlich Nazi nicht als Vorwurf und in dem Faz Artikel kam Nazi auch nicht als Vorwurf aber weißt du wenn du dich hinsetzt und wir hören uns das an ok und dann reden wir nochmal drüber schauen wir uns schauen wir uns diese Stelle an die da jetzt so durch die Decke ging und dann werden wir das nochmal bequatschen gehen mal zurück pause so ton an karton entschuldigt entschuldigt ich hab's gesehen ich hab's gesehen audio muss ich natürlich auch mit aufnehmen es tut mir herzlichst leid es tut mir herzlichst leid ich habe jetzt den ton und jetzt hören wir uns das an dass die umstrittenen aussagen von Sucharit was euch getroffen hat schneller als der blitz und wenn ihr so indolent seid und nicht aufsteht und sagt nein mit uns macht ihr das nicht dann ist es um euch geschehen und dann werdet ihr auch nicht die möglichkeit haben zu flüchten Israel die israelen können nicht mehr flüchten das land ist zu das wird hier passieren und ich wurde mal gefragt von einem amerikaner was ich zu Israel zu sagen habe ich hatte für mich die israelen dieses volk das ich mehr bewundet habe als irgendein anderes volk auf der welt ich war ein judenbewunderer ja du weißt ich bin musikdiebhaber kunstdiebhaber die größten geiste waren die juden es tut mir leid wenn ich das sagen muss es tut mir leid ich bin buddhist ich habe da kein problem ich verehrte sie ich bin du hast meine schallplattensammlung gesehen ich bin diesen jüdischen musikern nachgereist um ein unterscherst von ihnen zu bekommen isaxtern david oistrak runter von Kilometern bin ich gereist um sie zu hören um ein Autogramm zu holen ich habe sie verehrt und jetzt machen sie das das volk das Geflüchtete aus diesem Land aus diesem Land wo das Erzböse war und haben ihr Land gefunden haben ihr eigenes Land verwandelt in etwas was noch schlimmer ist als Deutschland war so unfassbar und dann habe ich den Amerikanern gesagt das ist das Schlimme an den Juden sie lernen gut es gibt kein Volk das besser lernt als sie aber sie haben das Böse jetzt gelernt und umgesetzt und deswegen ist Israel jetzt Living Hell die lebende Hölle und ich habe den Amerikanern gesagt und wenn ihr nicht aufpasst wird Amerika auch die lebende Hölle seid und ich sage euch jetzt euer Land wird verwandelt in die lebende Hölle wenn ihr nicht bald aufsteht ich meine jetzt kann man darüber streiten ist das antisemitisch oder nicht ja ich bin da jetzt kein Experte was das betrifft aber ich würde schon sagen weißt ja weil wenn der dann da sitzt und sagt das Schlimme an den Juden ist sie lernen schnell und sie haben das Böse gelernt ja ach Gott ich weiß nicht und und dann dann sitzt da schön gemütlich im Schneidersitz der Kerl ist gut und hört ihm andächtigst zu ach Gott und weiß dass er da die Klicks bekommt die er braucht damit die Leute auf die Straße gehen und das Regime das Corona Regime wird gestürzt werden und dann wird gemeinsam mit Kai Stuth meditiert meditiert in die Freiheit hinein ach Gott ich weiß nicht das ist echt hart das ist echt hart ja und Thilo du hast vorgeschrieben im Chat dass man versuchen sollte wieder miteinander aufzukommen das ist hier ich glaube wir sollten uns alle überlegen wie wir am Schluss mit allen Menschen reden und leben können das ist richtig ja das ist richtig und ähm ich appelliere ich appelliere daran dass so Appelle unbedingt auch in dieses Milieu hineingetragen werden ähm ich weiß dass es gegen diese Querdenker Querdenkerinnen dass es da viel Hass und Hate gab Verachtung Beleidigungen ähm die auch total ernst gemeint waren also ähm auch aus der Politik und so ich finde da hätte man ganz anders damit umgehen sollen ähm aber das ist halt auch unser Zeitgeist ja so entweder oder also die Politik ist halt auch so wie die die Menschen die ähm regiert werden ähm ich weiß ja dass es da viel Hate gab viel Verachtung Richtung Richtung Querdenker Querdenkerinnen ich habe auch ein paar Videos gemacht wo ich ähm hart gelästert habe wo ich ein paar billige Witze gebracht habe und so auf jeden Fall ja nur ich möchte schon sagen dass diese diese Ideen Systemsturz und 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 diese Verachtung des Mainstreams und und auch dass diese Corona-Nazis und und die Schlaf-Koro-Nazis nicht Corona-Nazis Corona-Nazis war ja die Wortschöpfung ja die auch Gunung Kaiser rauf und runter gespielt hat gespielt hat und so ich glaube dass es da auch in dem Milieu sehr sehr wichtig wäre einsichtig zu sein und auf die Leute zuzugehen die man so vor den Kopf gestoßen hat aber wir waren auch heute schon mal beim Thema Fehler eingestehen und ich glaube ja das wird wahrscheinlich nicht passieren bei dem aktuellen Zeitgeist passt Corona-Nazis aber schon ja okay aber Covidiot auch ja und wenn irgendwer Covidiot sagt dann drehst du wahrscheinlich durch aber wenn irgendwer sagt Corona-Nazis dann das passt schon irgendwie ja das passt schon irgendwie ja aber Covidioten das ist halt dann das ist halt dann ein riesen riesen Ding ja und Haifisch zum ersten Mal im Leben konnte ich so richtig nachvollziehen wie das damals war natürlich ja die Corona-Kriege hat die Corona-Krise hat dir die Augen geöffnet für den für den Impf-Faschismus ja und das was die Spritze ist und die Maske das war früher das Hakenkreuz mein Gott das ist einfach so ach Gott ich weiß nicht was mit euch los ist Leute weit weit davon entfernt weit davon entfernt das Ding ist du solltest weißt lies einfach mal Bücher ich habe ein paar Bücher aus dieser Zeit geschrieben von Zeitzeugen und so und ich werde einfach mal ich werde mal wir werden mal einen Stream machen ich habe ein Buch das habe ich jetzt nicht da liegen das Buch heißt letzte Briefe zum Tode Verurteilter und das ist ein Buch wo Menschen wo die Briefe von Menschen abgedruckt sind die aus den Hinrichtungszellen des Nationalsozialismus noch ihren Angehörigen ihren Liebsten Briefe geschrieben haben ja und wenn du das liest mein Freund hi fish und ich werde es dir vorlesen ja wir werden wir werden einen Stream machen wo ich ein bisschen aus diesem Buch vorlesen werde und ich glaube dann weißt dann sagst das nicht mehr ja wir sind so weit weg von dieser Zeit ja so weit weißt damals in den 1930er Jahren haben die Typen die SA waren oder dann in die SA hinein sind die sind die sind nach Hause gefahren zum Teil zu Kollegen von ihnen haben haben sie rausgeholt aus dem Haus sind mit ihnen irgendwo in einen Wald gefahren und haben sie dann zu viert und zu fünf totgeschlagen oder aufgehängt das waren so die 30er Jahre da hat man sich auf der Straße den Schädel eingeschlagen aber so auf Tod eingeschlagen das war damals und es gibt so den Spruch der selbsterfüllenden Prophezeiung und es kann schon sein dass dann jemand wie du der das die ganze Zeit hinaushaut wir kommen jetzt wieder in den Nationalsozialismus hinein dann glaubst nicht dass das Leute verrückt macht im Schädel und ich glaube es macht ja dich auch verrückt im Schädel und dann kommt man in eine Maschinerie hinein ja und das wird noch dauern 15 bis 20 Jahre aber aber du bereitest den Weg mit vor ja mach denk mal darüber nach Haifisch denk mal darüber nach dass du vielleicht doch mit auch das Pflaster legst für den Weg in die Zeit hinein vor der du dich so vor der du dich so fürchtest lieber Haifisch wenn du das sch hast du